Welche Unternehmen verwenden die additive Fertigung bzw. den 3D-Metalldruck, um Bauteilgeometrien herzustellen, die mittels konventioneller Fertigungsmethoden nicht herstellbar werden? Rennishaw ist eines der führenden Technologieunternehmen im Bereich der industriellen Messtechnik und in der additiven Fertigung. Unsere Kunden aus dem Bereich Automobilbau, Luft- und Raumfahrttechnik, Konsumerelektronik und der Medizintechnik profitieren dabei von unserem einzigartigen Produktportfolio. In unserem Solution Center in Plitzhausen können Interessenten die neuesten Entwicklungen im Bereich der additiven Fertigung selber anwenden und erfahren so, wie sie den 3D-Metalldruck in ihre Fertigung integrieren können. Mit der Unterstützung unserer Solution Center können Kunden ihre Bauteile so optimieren, dass sie leichter und dennoch stabiler werden als bei konventioneller Fertigung. Interessierten Unternehmen stehen dort alle Maschinen und Geräte zur Verfügung, um die gesamte Prozesskette durchführen zu können. Angefangen beim Abtrennen der Bauteile über die Oberflächenoptimierung bis hin zur Qualitätskontrolle auf unseren Messmaschinen. Innerhalb unserer Solution Center sind Bereiche vorgesehen, die nur den Projektmitgliedern zugänglich sind. Hier sind die AM-Anlage und alles notwendige Zubehör installiert. Kerngedanke unseres Solution Centers ist es, unseren Kunden eine umfassende Unterstützung in jeder Phase der additiven Fertigung bieten zu können. Damit ermöglichen wir Ihnen ein risikoarmen Einstieg in den 3D-Metalldruck. Wir beraten Sie gerne bei Ihrem individuellen Ansatz, die additive Fertigung in Ihrem Unternehmen zu integrieren. Diesbezüglich vereinbaren Sie gerne einen Besuchstermin bei uns in unserem Solution Center in Plitzhausen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017